Gemeinschaft bedeutet für mich ein Getragensein in eine geglückte Zukunft, ein Zusammenleben mit verschiedenen Generationen, verschiedenen Charakteren und verschiedenen Leuten. Vorteil ist, man kann viel voneinander lernen, man kann auch andere bereichern, man kann sich einbringen und auch gewisserweise was verändern und verbessern. Gemeinschaftsleben ist schwierig, wenn man gerade mit gewissen Charakteren eventuell nicht ganz zurechtkommt oder vielleicht nicht harmonisch zusammenpasst. Das gehört einfach dazu und ich glaube, man kann auch gut daran selber wachsen und in Konflikten.